Kapitel 3 Schon am Morgen nach dem Bombentag sah ich die ersten Überlebenden aus der Fuldaer Gegend an unseren Fenstern vorbei wanken. Aschige, blutige Gestalten, von denen die Fetzen erabhingen. War's Stoff? War's Haut? Ich wagte nicht genauer hinzuschauen. Zuerst wollte ich Judith rufen, aber dann tat ich es doch nicht. Ihr wurde immer schlecht, wenn sie Blut sah. Ich spürte, dass mir auch übel wurde. Als einer der Vorüberziehenden ganz nah vor dem Fenster Wasser stöhnte, flüchtete ich in die Küche, die nach hinten lag. Später zog dann Mutter die Vorhänge nach der Straße hinzu. In den ersten Tagen nach der Katastrophe lebten wir, noch halb betäubt in der Wohnung der Großeltern, so recht und schlecht dahin. Nur Geduld, tröstete uns mein Vater. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Die Rettungsorganisationen werden ja bald eintreffen. Sie müssen nur erst die Straßen freiräumen, um rankommen zu können. Bis dahin müssen wir durch einen Engpass. Aber bald wird sich alles normalisieren. Damit meinte er wohl die Verbindung mit der Außenwelt, die Lebensmittelversorgung, die Unterbringung der Obdachlosen, die Betreuung der Verletzten und all das, was damit zusammenhing. Er ahnte nicht, dass wir gerade noch in den letzten halbwegs normalen Tagen lebten. Die sollten bald vorüber sein. Aber vielleicht tat er auch nur so, als ob er nichts ahnte. Denn am dritten Tag ging er zu unserem Wagen hinauf, der immer noch dort stand, wo wir ihn abgestellt hatten, und holte den Rest unseres Gepäcks. Den Wagen sperrte er nicht einmal mehr ab, aber das merkten wir erst viel später. Nun hatten wir genug Kleidung für drei oder vier Wochen. Wir brauchten vorläufig auch nicht zu hungern. Denn Großmutter hatte uns Kühlschrank und Keller gut gefüllt hinterlassen. Nur, dass der Kühlschrank nicht mehr kühlte. Wir mussten so schnell wie möglich verbrauchen, was faulen oder schimmeln konnte. Aber schon vom zweiten Tag an hatten wir keine Milch mehr, vom dritten Tag an kein Brot. Ich probte mich an, in der Stadt nach Milch oder Brot herumzufragen. Aber Mutter ließ mich nicht hinaus. Ich durfte nur hinters Haus. Von dort sah man nichts als Gärten. Wo ich mir doch so gern die Verwüstung angeschaut hätte. Vor allem, wo war der Kirchturm geblieben? Wo kam dieses Dämmerlicht her, in der die Sonne als dunkelrote Scheibe stand? Vater ging selber in die Stadt, um irgendwo Milch und Brot aufzutreiben. Aber es gab nirgends, etwas zu kaufen. Wer keine Vorräte besaß, war schlecht dran. So viele Leute hatten ihre Wohnungen, ihre Häuser verloren. Frau Kramer, die oft zu uns herüberkam, zählte immer neue Namen auf. Die Obdachlosen von Schävenborn hatten wohl fast alle kein Unterkommen bei Verwandten oder Bekannten gefunden. Aber die Überlebenden aus der Fulda-Umgebung schleppten sich hungrig durch die Straßen. Den schmutzigen Gestalten in den zerfetzten und angesenkten Kleidern wollte niemand gerne etwas von dem abgeben, was man selber so dringend brauchte. Die Fragen wurden immer lauter. Wo bleibt die Rettung? Wo bleibt das Rote Kreuz? Warum setzen sie nicht die Bundeswehr ein, um uns zu helfen? Warum lässt sich kein einziger Hubschrauber sehen? Denn dieses Katastrophengebiet liegt doch nicht irgendwo, abseits, sondern mitten in Europa. Es war ein beklemmendes Leben, von dem man nicht wusste, wie es weitergehen würde. Jeden Tag entstanden neue Gerüchte. Dabei wusste niemand etwas Genaues. Denn es gab keine Zeitung mehr, kein Fernsehen, kein Radio, kein Telefon. Auch mit batteriebetriebenen Geräten konnte man nichts mehr empfangen. Denn es gab kein Programm mehr. Kein Programm? Das war rätselhaft. Es muss an atmosphärischen Störungen liegen, dass wir nichts mehr empfangen können, sagte Frau Kramer. Ob jetzt Krieg herrscht? Fragte Frau Mackenhäuser, die bei Frau Kramer untergekommen war. Es kann ja auch durch ein Versehen passiert sein, sagte Frau Kramer. Und jeden Tag fanden sich mehr Flüchtlinge, mehr Obdachlose aus der Umgebung von Fulda in Schävenborn ein. Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass man sich in einem Hospital um Verletzte kümmerte. Es hätte längst geschlossen werden müssen, sagte der Vater, als er einmal aus der Stadt zurückkam. Es ist schon viel zu voll. Da herrschen unhaltbare Zustände. Am nächsten Tag ging ein wildes Gerücht um. Überlebende aus dem Norden seien in der Stadt und hätten berichtet, auch Kassel sei weg. Jetzt wird mir manches klar, sagte der Vater. Es sieht so aus, als brauchten wir auf Rettung nicht mehr zu hoffen. Aber wir müssen doch heim nach Bonnames, rief Mutter erschrocken. Manchmal saß sie jetzt stundenlang da, brütete vor sich hin und merkte kaum, wenn Kerstin auf ihren Schoß kletterte und mit ihr schmusen wollte. Und Judith lag die meiste Zeit im Bett, ist über den Kopf zugedeckt und stand nur auf, wenn Vater sie anbrüllte. Früher hätte er fast nie mit ihr geschimpft. Am dritten Tag nach der Katastrophe stürzten unser Dachstuhl und ein Teil von Frau Kramers Wohnung zusammen. Aus der Fassade fielen mächtige Brocken von Mörtel und Verputz auf dem Bürgersteig. Die ganze Arbeit hing jetzt am Vater. Dringende Arbeit. Er versuchte, die scheibenlosen Fenster wieder irgendwie zu schließen, denn es wehte und regnete in die Räume. Er schnitt durchsichtige Plastikfolien zurecht, die er in Großvaters Werkstatt gefunden hatte, und nagelte sie in die Rahmen. Ich half ihm dabei. Als wir nach einem Schauer merkten, dass es durch die Decke des Schlafzimmers regnete, machten wir sie zusammen dicht, so gut es ging. Wir hatten Glück, dass Großvater so eine gut ausgerüstete Werkstatt besessen hatte. Aber bald mussten wir sie jeden Abend verschließen, denn jemand hatte uns eine volle Packung Nägel daraus gestohlen. Nägel. Sie waren unersetzbar. Jeden Tag schleppte Vater ein paar Eimer Wasser von der Schebe herauf. Das Wasser war nicht trübe von Asche wie das in Fulda. Sie kommt hier aus dem Vogelsberg herunter und mündet erst ein paar Kilometer hinter Scheibenborn in die Fulda. Sie hatte den verbrannten Fuldaer Raum nicht einmal gestreift. Anfangs wehrte sich Mutter gegen dieses Flusswasser. Sie fürchtete, es könnte verseucht sein. Sie schickte Vater auf die Suche nach einer Quelle oder einem Brunnen. Er fragte Einheimische aus. Rings in den Wäldern gab es mehrere Quellen. Aber um sie zu erreichen, musste man weit wandern. Und Brunnen? Die gab es in Scheibenborn längst nicht mehr. Außer dem Brunnen im Burghof. Der war trocken. Wenn diese Gegend radioaktiv verseucht ist, sagte der Vater, dann ist es nicht so das Wasser. Wir dürfen weder diese Luft atmen, noch diese Erde berühren. Aber wir haben es schon getan. Um ganz sicher vor der Verseuchung zu sein, hätten wir nicht hier sein dürfen. Entweder ist hier nichts passiert, dann können wir alles berühren, essen und trinken, oder es ist hier längst alles verseucht. Dann können wir auch in aller Ruhe berühren, essen und trinken, was uns umgibt. Dann ist es für uns längst zu spät. Musst du denn so pessimistisch daherreden? Fragte Mutter gereizt und kochte das Wasser für die Küche trotzdem ab. Mit dem Abkochen, sagte der Vater, schützt uns höchstens gegen Typhus. Auf den Scheibenborn sicher nicht mehr lange zu warten braucht. Der ist fällig. Hör auf, hör auf, rief die Mutter. Du machst deinen richtig mutlos. Hast du nicht selber gesagt, dass wir noch eine Chance haben zu überleben? Im Schuppen neben der Werkstatt stand noch ein alter Kohleherd. Meine Großmutter hatte sich nie entschließen können, ihn zum Sperrmüll zu tun oder zu verkaufen. Den schleppten wir jetzt in die Küche und wechselten ihn gegen den Elektroherd aus. Mutter lernte wieder mit Feuer umzugehen. Wir zersägten die verkohlten Balken des Dachstuhls und brachten sie ihr als Brennholz in die Küche. Mit dem Wasser mussten wir sehr sparsam umgehen. An ein Wannenbad war nicht mehr zu denken. Abends kippte Vater einen halben Eimer über mich, die andere Hälfte kippte ich über ihn. Mutter und Judith buschten sich aus der Schüssel. Danach setzten sie Kerstin hinein und hinterher putzte die Mutter mit demselben Wasser noch die Fliesen in der Küche. Früher hätten wir über so eine Katzenwäsche die Nase gerümpft. Allmählich wich das Dämmerlicht. Die Sonne schien wieder. Es folgten heiße, wunderbare Badetage. Mit Sehnsucht dachten wir an die vergangenen Sommer zurück. Fast jeden Tag waren wir im Schwimmbad gewesen. Jetzt war es verschlossen. Ich bat darum, in der Schäbe baden zu dürfen. Willst du etwa im Trink- und Kochwasser der Schäbenborner rumschwimmen? Fragte der Vater daraufhin. Und überhaupt, fügte die Mutter hinzu, brächtest du es dann fertig, dich im Wasser zu amüsieren? Neben so viel Elend? Damit hatte sie recht. Auch die Wasserspülung funktionierte nicht mehr. Mutter stellte einen Eimer in die Garage, die jetzt niemand mehr brauchte. Den Eimer leerten wir über den Komposthaufen hinter der Werkstatt. Dort häuften sich die Abfälle. Der Müll wurde ja nicht mehr abgeholt. Unser Haufen fing bald an zu stinken und Frau Kramer regte sich darüber auf. Aber wie sollten wir uns anders helfen? Wenn mich Vater nicht gerade brauchte, saß ich heimlich am Fenster hinter dem Vorgang und späte hinaus. Ich sah die Scharen der Obdachlosen vorüberziehen und um Wasser und Essen betteln. Halb nackte, elende, verzweifelte Menschen. Ich flüchtete nicht mehr in die Küche. Eimer überraschte mich Mutter dabei. Ich erwartete ein Donnerwetter, aber sie schimpfte nicht. Sie strich mir über den Kopf und begann zu weinen. Da weinte ich auch. Sie legte ihren Arm um meine Schulter und führte mich weg vom Fenster. Lass dich nicht sehen, sagte sie, sonst lockst du sie an. Die paar Vorräte, die wir noch haben, müssen wir für uns selber aufheben. Als sie das gesagt hatte, konnte ich plötzlich aufhören zu heulen. Und wenn ich da draußen vorüberging, fragte ich, oder Kerstin? Ich bin fies, ich weiß, sagte sie. Aber soll ich etwa andere retten, auf eure Kosten? Nach vier Tagen hielt ich es nicht mehr aus, im Haus zu bleiben. Ich wollte alles, was Vater uns geschildert hatte, mit eigenen Augen sehen. Ich bat. Ich bettelte. Mutter wollte es nicht erlauben. Aber Vater sagte schließlich zu ihr, lass ihn nur, er ist stark. Er hat's bis jetzt von den dreien am besten verkraftet. Sie müssen sich ja langsam dran gewöhnen. Und ich kann auf die Dauer sowieso nicht alles allein machen. Er ist zwölf Jahre alt, fast dreizehn. Er kann mir und dir schon eine Menge Arbeit abnehmen, zum Beispiel das Wasser schleppen. Er drückte mir einen Eimer in die Hand und schickte mich zur Scheve. Ich lief durch den Schlosspark und schwenkte den Eimer. Einmal drehte ich mich um und schaute zur Stadt zurück. Aber das war nicht das Schevenborn, das ich kannte. Das war ein Ort voller Ruin und ohne Kirchturm. Und daran änderte auch nichts, dass es ein Sommertag voller Sonne und blauen Himmel war. Willst du etwa klauen? Fragte eine Frau in dem Schrebergarten, der an den Schlosspark grenzte. Verschwinde, oder du kriegst Prügel. Sie drohte mir mit einem Spaten. Ich kannte sie nicht. Ich schaute mich um, ob sie jemand anderen meinte, aber ich war allein. Schließlich begriff ich, dass sie mich für einen Obdachlosen hielt. Daraus schloss ich, dass sie Flüchtlinge die Gärten plünderten, um nicht zu verhungern. Ich schöpfte den Eimer voll Schevewasser und trug ihn heim. Aber ich verdrückte mich schnell wieder. Nur nicht wieder im Haus bleiben müssen. Es gab viel zu sehen. Die Maleks wühlten in den Trümmern ihres Hauses. Es war am Katastrophentag abgebrannt, kurz bevor sich der Wind gedreht hatte. Jetzt sammelte die alte Frau Malek Brauchbaros aus dem Schutt in einen Sack. Dabei sprach sie mit sich selber. Tränen liefen ihr über die Wangen. Die alte Malek war mit Großvater zusammen in die Schule gegangen. Er schaute auf und fragte, Sind Sie noch immer nicht heimgekommen, Roland? Ich schüttelte mit dem Kopf. Sie haben mich noch gefragt, murmelte er, ob wir mitwollen nach Fulda. Aber wir hatten keine Zeit. Hätten wir es doch getan. Sei nicht undankbar, sagte Frau Malek, die so elend und schmutzig aussah, dass ich sie zuerst gar nicht erkannt hatte. Schließlich haben wir Glück gehabt. Wir sind bei Meissners untergekommen und haben auch noch den Garten. Wir brauchen nicht zu verhungern, wenigstens noch nicht gleich. Es wird sich lange hinziehen, seufzte er. Deshalb. Vor dem Lebensmittelgeschäft an der Ecke drängte sich eine Menschenmenge. Ich schaute durch die offenen Schaufenster. Frau Kernmeier saß an der Kasse. Vor der Kasse wartete eine lange Schlange schwer bepackter Käufer. Herr Kernmeier stand am Eingang und ließ immer nur zehn Leute auf einmal herein. Wir verkaufen noch schnell alles, bevor uns die Fremden ausplündern, sagte er. Ja, jetzt hat es sich ausgeprasst. Jetzt geht es wieder ums nackte Überleben wie 45. Warum bleiben wir eigentlich so brav in der Reihe? fragte eine junge Frau mit verbundener Schulter. Die Spielregeln von vorher gelten doch nur nicht mehr. Einige Leute nickten. Aber alle, auch die junge Frau, blieben unschlüssig stehen und rückten langsam weiter auf Herr Kernmeier zu. Als ich in die Fuldauer Straße kam, fielen mir die vielen Autos auf, die auf beiden Seiten der Straße herumstanden. Manche waren unter Trümmern verschüttet, manche ausgebrannt, andere noch fahrbereit, nur bedeckt von einer dicken Staubschicht. Aber kein Wagen fuhr. Die Straße hatte sich in eine Fußgängerzone verwandelt. Die meisten Leute schwenkten Eimer und Kanister. Sie waren unterwegs nach Wasser. Dann traf ich Michi Schubert. Den kannte ich gut. Ich hatte oft mit ihm gespielt. Er war fast genauso alt wie ich. Da habt ihr aber Glück gehabt, sagte er. Frankfurt soll doch auch weg sein. Ich starrte ihn entsetzt an. Ich musste an Noppy und seinen Pudel denken. Dann dachte ich an Frau Kellermann und an Frank und Sandra Kellermann. Frank war so alt wie Judith und Sandra ein Jahr älter. Tschüss, sagte Michi. Ich hab's eilig. Ich muss in die Schule. Wieso? Fragte ich noch ganz durcheinander. Es sind doch Ferien. Meine Mutter ist dort bei der Feldküche, sagte er. Von der Feuerwehr. Sie kochen für die Obdachlosen und Verletzten. Die ganze Schule ist voll. Sogar der Schulhof. Gestern kamen so viele, dass sie sich auch noch ins Bürgerhaus und Jugendherberge gelegt hatten. Aber das Essen reicht nicht für alle. Meine Großeltern sind tot, sagte ich. Ich weiß, sagte er. Alle Schävenborner, die in Fulda gearbeitet haben, sind nicht wiedergekommen. Hier sind auch viele umgekommen. Über 300 Schävenborner sollen tot sein. Genaues weiß man nicht. Damit lief er weg. Aber er drehte sich noch einmal um und rief mir zu. Der Christoph ist auch tot. Erinnerst du dich an ihn? Der Junge von unserem Pfarrer, mit dem wir letztes Jahr im Sommer das Bauhaus gebaut hatten. Die ganze Familie. Nur Elke nicht. Die wohnt jetzt bei uns. Sie ist ja erst acht. Die Meiner sind auch zu uns gezogen in den Keller. Die haben ihr Haus verloren. Bei uns ist gerammelt voll. Ich ging weiter und kam zum Hospital. Ich wollte nicht glauben, was ich durch den Torbogen sah. Da lagen die Verletzten in langen Reihen auf der bloßen Erde. Viele halbnackt oder ganz nackt. Und ihre Angehörigen kauerten bei ihnen. Kinder stolperten heulen hin und her und suchten nach ihren Geschwistern und Eltern. Und Eltern suchten nach ihren verletzten Kindern. Ich ging durch das Tor und schaute und schaute. Es war grässlich, was ich sah. Und trotzdem konnte ich nicht wegschauen. Da lag eine Frau, die hatte das Gesicht verbrannt. Es war ganz verquollen. Auch ihre Haare waren abgesenkt. Ihr eines Ohr war nur noch ein winziger, roter Stummel. Als ich das sah, wurde mir schlecht. Neben der Frau lag ein Mädchen. Das war etwa so alt wie Judith. Es hatte schon ein bisschen Busen. Aber es hatte nur noch Jeans an, sonst nichts. Und auch die waren an verschiedenen Stellen angesenkt. Löcher waren herausgebrannt. Die Beine waren zerschrammt. Die Hose klebte an rohem Fleisch. An einer Stelle konnte man bis auf die Knochen sehen. Als ich das Mädchen ansah, wurde es rot und kreuzte die Arme über die Brust. Ich schaute weg. Ich schaute über die Reihen hin. Da lag Mensch neben Mensch. Männer, Frauen und Kinder. Durcheinander. Verletzte. Verstümmelte. Verbrannte. Bei den meisten hing die Haut den Fetzen herunter. Manche lagen in ihrem Erbrochenen. Andere in ihrem Blut. Es roch nach Kot und Urin. Und wie in Wellen, mal lauter, mal leiser, dann wieder anschwellend zu wildem Geschrei, wehte das Gebettel, das Gestöhnen, das Gejammer der Verdursteten nach Wasser bis auf die Straße hinaus. Du, ächze das Mädchen mit dem aufgeschürften Bein, bring mir ein bisschen Wasser, ja? Ich nickte und lief heim. Ich hatte ja nicht weit. Ich nahm Großmutters Milchkanne und goss das letzte Wasser aus dem Eimer hinein. Du musst wieder Wasser holen, sagte die Mutter. Ja, antwortete ich. Gleich. Ich rannte mit der Kanne davon, noch bevor sie Zeit fand, mir es zu verbieten. Das Mädchen konnte sich nicht aufrichten. Ich hielt ihr die Kanne an den Mund. Sie trank gierig. Rings um das Mädchen schrien jetzt auch andere Verletzte nach Wasser. Sie gerieten außer sich. Sie rissen mir fast die Kanne aus den Händen und stießen sich gegenseitig weg. Sie kamen mir gar nicht mehr wie Menschen vor. Sie sahen noch kaum mehr menschlich aus. Ich verteilte das Wasser, bis die Kanne leer war. An ihrem Rand klebte jetzt Speichel, Blut und Schleim. Es ekelte mich. Die Frau mit dem verstümmelten Ohr hatte nicht um Wasser gebettelt. Ich wunderte mich. Ich beugte mich über sie und fragte, wollen sie auch trinken? Aber sie antwortete nicht. Mit weit offenen Augen lag sie da und bewegte sich nicht. Die braucht kein Wasser mehr, sagte das Mädchen. Sie ist tot. Ich fuhr hoch und schrie, hier ist jemand gestorben. Ich glaubte, nun kämen viele Leute zusammengelaufen, aber niemand kümmerte sich um meinen Geschrei. Nur ein alter Mann, der zwei Reihen dahinter lag, sagte, hier auch, Kind. Hier wimmelt's von Toten. Die dort mussten warten, bis der nächste Schub eingesammelt wird. Wenigstens darin herrscht ja Ordnung. Man muss sich nur erst dran gewöhnen. Ich schaute mich genauer um. Da sah ich, dass der Mann recht hatte. Viele in den Reihen lagen regungslos da. Manche mit verrenkten Gliedern. Eine Frau schüttelte schreiend ihr kleines Kind, das wie ein nasser Lappen an ihrem Arm herunterhing. Ein junger Mann, dem einem Bein fehlte, lag mit geschlossenen Augen und bläulich-blassem Gesicht da. Sein Stumpf war nur notdürftig verbunden und der Verband ganz durchgeblutet. Eine Weile später hoben ihn Männer, die mit einer Bahre durch die Reihen gingen, auf und trugen ihn fort. Der schreienden Frau nahm sie das Kind mit Gewalt weg und legten es dem toten Mann quer über die Brust. Ich sah, wie der Verband von seinem Stumpf abrutschte. Das ganze in Fetzen herabhängende, blutige Fleisch kam zum Vorschein. Da kippte ich um. Als ich wieder aufwachte, lag ich neben dem Mädchen in der Reihe. Die Sonne schien mir ins Gesicht. Eine Frau ging mit einem Wassereimer durch die Reihen und gab jedem aus dem Becher zu trinken. Wer den Becher nicht selber halten konnte, dem hielt sie es an die Lippen. Vielen lief das Wasser aus den Mundwinkeln. Aber noch bevor sie zu mir kam, sprang ich auf und lief davon, obwohl ich auch durstig war. Als ich durch das Tor rannte, erkannte ich vor mir die Männer, die eben die Toten eingesammelt hatten. Sie schoben einen zweirädrigen Karren. Der war mit einer Plane bedeckt. Ich folgte ihnen. Einer drehte sich um und sagte, »Bleib da weg, Junge! Das ist nichts für Kinder!« Da blieb ich eine Weile stehen und ließ ihnen einen kleinen Vorsprung. Da ging ich wieder hinterher. Sie fuhren auf die Bleiche, auf die große Wiese neben der Schewe. Dort war eine mächtige Grube ausgeworfen. Die Männer packten die Toten an den Armen und Beinen und warfen sie mit einem Schwung hinein. Ich musste an die Mutter des toten Kindes denken. Als die Männer mit dem Karren wieder fort waren, gehe ich zur Grube und schaute hinein. Also, er hat sich dieiritualität hier um sich in Köstet ab Donna und die Beine sind glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020